Die einzige Lösung, um den Schleppern die Geschäftsgrundlage zu entziehen und das Sterben zu beenden, ist, wenn man sicherstellt, dass jemand, der sich illegal auf den Weg macht, nicht in Mitteleuropa ankommt. Und so ist es auch in ganz Europa. Viele, die mich noch vor einem Jahr kritisiert haben, sind mittlerweile auf diese Linie eingeschwenkt. Als ich das erste Mal gefordert habe, dass wir von Australien und Spanien lernen müssen, gab es einen Aufschrei in Österreich und auch im europäischen Ausland. Mittlerweile ist der Bundeskanzler in Österreich auf diesen Kurs eingeschwenkt. Mittlerweile unterstützt, dass der Parlamentspräsident, viele Abgeordnete im Europäischen Parlament und auch unter den Staats- und Regierungschefs und den Außenministern hat sich da sehr viel, meiner Meinung nach, geändert. Auch Deutschland verfolgt nicht mehr die Politik der offenen Grenzen, die Deutschland 2015 verfolgt hat. Ich habe das Gefühl, dass viele für die Aufnahme derer sind, die bei uns ankommen, um ihr eigenes Gewissen zu beruhigen. Aber das ist nicht unbedingt ein nachhaltiges System. Also bitte tun wir nicht so, als wäre das derzeitige System ein besonders humanes. Und wenn man sich anschaut, wie viele Menschen im Mittelmeer ertrinken oder in der Sahara verdursten, dann kann man überhaupt nicht behaupten, dass das derzeitige System ein gutes sei. Und dann kann man es, also das die Auswirkungen im Mittelmeer verfolgt. Und dann kann man es so, als Erstes wiederholfen, um die Auswirkungen im Mittelmeer bewegen. Untertitelung des ZDF, 2020